Ja hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Wir spielen mit der Jägerin auf Polizeistationen. Perks und Ruf einer Krankenschwester, Tana, Mofobio oder wie der Tice, weil ich habe nämlich gerade die Krankenschwester auf eins gemacht. Die sind hier schon. Also weil, ähm, dings, wie heißt das? Ich habe nämlich gerade die Krankenschwester aufgelavelt und der Demo, den habe ich ja erst auf eins und die habe ich noch nicht alle Perks voll und da habe ich mir gedacht, das dauert doch jetzt viel zu lange. Habe ich mir gedacht, das dauert einfach fackelend lange, das ist alles aufzulehnen und da habe ich mir gedacht, mit der Jägerin, da habe ich schon so viel jetzt, da fehlen mir nur noch diese drei Perks, habe ich gedacht, nehme ich mal lieber die Jägerin. Da dauert es nicht so lange, ja und mal gucken wir uns mit diesem Perks schlagen werden. So, schön an. Aber jetzt habe ich zwei Eltern, einmal, dass ich eine Lade lade und dass ich einen Zusatzbeil habe. Mhm, mal gucken wie das so läuft. Draußen. La la la. La la la. Und so was, und dann sagt man zu mir, dass ich tunnel. Ich will, dass es überhaupt nicht stimmt, wenn man mir so in die Quere kommt, wenn ihr, wenn der verletzt ist, ist nicht tunneln in meinen Augen. Also ich will ja nicht böse sein, aber langsam müsstet ihr mal ein Jen machen, weil sonst sieht es dumm für euch aus. Wieso habe ich denn schönes Weiß-God-Shop weg? Hat der mich gerade... Nein, hat er auch nicht gemacht, oder? Ihr könnt doch nicht durch, das gesperrt. Okay, dann hast du deinen T-Bag jetzt in dein Arschloch gesteckt. Sorry, sagt man natürlich nicht. Hä? Hat der Tanz mit mir, oder was hat der... Hä, ich hab den noch gebuddyblockt, what the hell? So, und der nächste Skirt-Truck. Nächstes Mal solltest du dir überlegen, wen du kittest. So, warum ich schon zwei Skirt-Truck weg habe, äh, drei, also am Anfang zwei, verstehe ich nicht. Weil ich hab ja den, vielleicht hab ich den Nikolas auf den Skirt-Truck gepackt, ich hab echt keine Ahnung. Schade, der wär so geil gewesen. Übrigens, wir finden noch einen Fortschrittspunkt und dann bin ich... ...schütt zwei. Laufen wir jetzt hier wieder rum, oder was? Ne, danke. Geht er niemals den Nikolas Cage retten? Dann ist er gleich Phase 2. Okay, gut. Nehm mich auch hin, könnt ihr ruhig machen, ist mir ja scheitigal. Und dann geht's gar nicht weiter. Oh mein Gott, der hätte fast getroffen, habt ihr das gesehen? Es ist nicht der, der mich, ja gut, dann gehe ich jetzt auf den, weil er T-backt, ja, das ist mir eigentlich recht dann. Fuck! Digga! Irgendwann bekomme ich jeden Mal. Den, den und den, da will ich es eigentlich haben, zum Schluss dann noch. What the hell? Wo ist er hin? Hopp! Gut, dann ist jetzt die Claudia dran, wenn wir was verfolgen. Ist die Jägerin eigentlich ein 4.6 oder 4.4 Killer? Ernsthaft? Ich glaube, jetzt gehörst du mir, Claudi. Was? Okay, das ist jetzt für mich total fragwürdig, was da jetzt genau passiert ist. Das Lied macht mich so ein bisschen Mühe, ist das normal? Ey, Digga, das ist so ein Cheat, alter. Ja. Ja, aber Lala kannst du ja nicht ausbrechen, das ist das Problem süßer. Also ich hab, ich hab noch nie mit einem gespielt, der Power-Struggle hatte. Doch, einmal mit der Yui. Die hatte Power-Struggle. Ich will unbedingt mal wieder einen haben, der einen Power-Struggle hat. Also, er will das hier rauswinden. Von Eleanor, oder wie auch immer die heißt. Der hat ja Sprint-Boost, oder was ging dir jetzt ab? Der hat gesessen, alter. Was kommt davon, wenn man nicht... Ach nee, der T-Backer ist ja schon tot, wa? Scheiße. Hat sie echt kackendreist, ohne irgendwelchen anderen, die sind Gender unten durchgezogen? Ich werd bekloppt. Sucht sie jetzt die Luke, oder macht ihn aus? Muss ich halt auf beides achten. Das ist das Ding jetzt. Ich glaub, sie entkommt, weil die Ausgänge... Schau dir die mal an, wie weit sie weg sind. Ja, hier ist ein Rabe, aber ich glaub, die ist hier bei dem war. Boah, diese Ausgänge sind so unnormal weit auseinander. Ne, sie sucht die Hedge. Glaub ich. Glaub ich. Gibt sie mir Bauverlauf dafür? Ne. Also hier geht's jetzt eigentlich nur um Glück haben. Nein, sie hat ein Tor aufgemacht. Gut. Ja, und hier wär die Herrschaft gewesen. Ach, Mist, welchen Aufgang hat sie denn aufgemacht war es der? Ich hab keine Ahnung. Hm. Ja, gut. Das war aber ne interessante Runde. Die hat richtig gut angefangen. Der Teebäcker wurde getötet. Eigentlich sollte man so eine Teebäcker immer töten. Tunneln, keine Ahnung. Wir haben null bekommen? Hiervon hab ich gar nichts bekommen. Opfern töten. Geht halt wieder. Okay, das versteh ich jetzt nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.